Lidl Bei Lidl gilt ein Flugverbot auf Frischwaren wie Gemüse und Früchte, aber auch Fleisch und Fisch. Das ist ein wichtiger Meilenstein der Partnerschaft zwischen WWF und Lidl. Mit einer umweltfreundlichen Ernährung können wir alle einen Beitrag leisten an die eigene Gesundheit und an die Gesundheit des Planeten. Den Umweltschutz arbeiten wir noch gemeinsam. Darum setzt WWF mit seinen Firmenpartnern ambitionierte Ziele und es freut uns, dass Lidl hier teilweise übertroffen hat.